Modul 4 – Digitale Anwendungen für Ihre Exkursion Wisst ihr, ich bin wirklich begeistert von den Möglichkeiten, die uns digitale Tools wie ThingLink und Virtual Reality für unsere Exkursionsvorbereitung bieten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da noch mehr geben muss, vor allem wenn es um die eigentliche Exkursion geht. Ja, ich weiß, was du meinst. Die virtuelle Vorabbesichtigung ist großartig. Aber ich frage mich auch, wie wir die SchülerInnen direkt während der Exkursion stärker einbinden können. Vielleicht mit etwas Interaktivem? Ihr beide habt ein gutes Gespür. Tatsächlich möchte ich nochmal auf drei spannende Anwendungen eingehen, die sich hervorragend für unsere Zwecke eignen. Das sind H5P, Twine und Actionbound. Wir haben diese Anwendungen in Modul 2 kennengelernt, da sie sich gut eignen, um eine Exkursion mit einer Story zu verbinden. Diese drei Anwendungen bieten darüber hinaus auch die Möglichkeit, die Durchführung von Exkursionen interaktiver zu gestalten. Das klingt spannend. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Natürlich! Lasst uns diese Tools gemeinsam erkunden. Ich denke, ihr werdet überrascht sein, wie vielseitig sie sind und wie sehr sie unsere Exkursionsplanung bereichern können. Fangen wir an mit einem kurzen Rückblick. H5P ist eine vielseitige Plattform zur Erstellung interaktiver Lerninhalte. Mit Twine könnt ihr interaktive Geschichten und Lernpfade erstellen. Und Actionbound ist perfekt für digitale Schnitzeljagden und ortsbezogene Lernspiele, aber auch für adaptives Lernen im Klassenzimmer. Ja, das fand ich da schon interessant. Diese Anwendungen ergänzen sich ideal und haben doch einen unterschiedlichen Schwerpunkt. H5P ist gut geeignet für die Vermittlung von Wissen. Twine bringt eine erzählerische und spielerische Komponente ein, während Actionbound die SchülerInnen in Bewegung bringt und ihnen erlaubt, die Umgebung aktiv zu entdecken. Da stimme ich dir zu. Aber wie gehen wir jetzt am besten vor, um diese Tools genauer kennenzulernen? Das klingt nach einem guten Plan. Gibt es noch etwas, das wir beachten sollten? Ja, einen wichtigen Punkt. Am Ende findet ihr noch ein Dokument über die rechtlich sichere Nutzung von diesen drei Anwendungen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, bevor ihr die Tools im Unterricht einsetzt. Dann lasst uns starten. Ich bin schon gespannt, mehr über diese Anwendungen zu lernen und an Beispielen zu sehen, wie wir sie für unsere Exkursionen nutzen können. Das Forum kann an dieser Stelle auch gerne genutzt werden, um nicht nur Erfahrungen auszutauschen, sondern auch um gezielt nach technischen Problemen zu fragen. Dann defei över hin, aber noch ein announcements. Wir haben München. Ich habe Passt das Bier in den Produkt, die Dianne schlibert. Ich habe für mich die für unsere Rehongraben in den Be indispensável. Hier sind die Druck auf diesesraidigen. Liebe, tallest bin wir fendi, hier ist ja noch nichtimi. Vielen Dank.